Gibt's doch nicht. Lea, wo bist du? Lea, bist du dumm? Alter, das darfst du überhaupt nicht. Entschuldigung. Du, die Disziplinierung musst du doch zusammen machen, du. Alter, wie soll ich, das kann ich doch jetzt überhaupt nicht mehr schaffen. Wusste ich nicht. Natürlich wusstest du das. Du kannst mal Nacht machen. Nein, das kannst du selber machen. Ich rate jetzt auch auf dich. Musste ja auch. Ja, ich bin jetzt auch bei einer anderen Stage, deswegen. Ja, ja. Aber willst du machen jetzt mal Nacht? Nein, du kannst du mal auch machen. Du hast dir das alles kaputt gemacht. Und das wieder hinbauen, sodass du irgendwie ein bisschen springen musst? Ja, wenn du meinst. Oh, lord, das ist nice. Ähm. Alter, du kannst auch nicht mal irgendwie gucken, dass da TNT drunter ist oder was? Ob du das schon wusstest. Wusstest du nicht. Wusstest du wohl? Wirklich? Natürlich, die haben wir schon mal gespielt. Schau mal, ja. Ja, den Teil hast du schon mal gespielt. Trotzdem. Ja, okay, ich auch. Ja, eben. Du weißt doch, dass man TNT... Du kannst... Leider nicht so bewusst, ne? Sorry. Lennart, ey. Du bist so... Ich kann da überhaupt nichts mehr schaffen. Doch, jetzt kannst du das wieder schaffen. Ich hab das so gemacht, dass du... Zwar nicht zu einfach, aber... Nein, jetzt bin ich nicht gerannt. Doch, scheiße. Wo müsste denn? Hm. Ey, Mann! Das ist der grünen Wollblock. Ich hab jetzt schon vergessen, was wir machen sollten mit grünen und roten Wollblöcken. Ja, genau, Lennart. Bringst du noch mehr zum Leggen. Ich hab nur 25 FPS. Du verstehst das nicht. Ja, Mann, ey. Richtig. Geil. Lennart ja auf, damit du hast die Disziplin zerstört. Du darfst jetzt nicht hier weitermachen. Verboten. Warte. Dach, dach auf. Oh, scheiße. Guck mal, da musst du hin. Nein! Alter, wie viel X4 unten liegen. So. Ja, sauber. Nein! Jetzt da. So, in Richtung, in Richtung, in Richtung, in Richtung, in Richtung. So, 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 so. LOL! Scheiße! Das fängt ja schon wieder gut an, hier. Scheiße, jetzt wird's nicht. Das ist doch richtige Scheiße hier. Da. Och, nö. Warum ruckelt das denn so bei mir? Ich hab wirklich nur durchgehend 25 FPS. Und manchmal gehen die einfach total runter. Boah. Boah. Ich möchte wenigstens 30 FPS haben. Ah, 30, danke. Und 20, scheiße. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, ne, schaffst du. Nein! Ja! Alter, das ist doch unfair. Da ist irgendwas weggesprengt. Alter, du hast da hinten die Betten weggesprengt. Voll unfair. Ja, total. Das ist noch ein Bett. Ja, aber du musst... Nein, ich stell jetzt Betten hin. Ich hab nämlich einen Plan. Du stellst da jetzt Betten hin. Nein! Achso, du springst im Sprung, legst du dich hin? Ja, doch. Mach ich. Das machen wir nur nups. Das ist aber erlaubt. Und du kommst doch an das Bett ran, was da steht. Aber nicht so gut. Das ist nochmal eine Extra-Kategorie von Noob. Ja, total. Nein, Spaß. Ich bin ja gerade gar nicht so schlecht, aber irgendwie... Ich glaube, Julian, das jetzt nicht wegen Five-Fundered-Jumps to-Success, die Map, sondern wegen Firejump. Da muss ich mich ein bisschen, als ich bei der ersten Stelle nicht so schlecht war, hast du mich auch ein bisschen getrollt. Alter, so ein kleines bisschen, äh, ich hab manchmal gesagt, ja, da musst du hinspringen, ich hab zwei, drei Katzen gesetzt. Was machst du hier? Alter, bist du dumm, wie viel Experience willst du da noch drauf tun? So viel hab ich nicht getraut. Bis du da bist. Alter. Bis dann hab ich da noch drei FPS. Ja, rennen gegen die Zeit. Ja, toll. Gegen die Zeit ist es auch voll viel leichter. Ja, überhaupt nicht unter Druck und so. Ja, ist so. Alter, wie viel XP hier unten ist. Ja, die fallen auch ein bisschen runter. Ein bisschen? Geh mal da runter. Ja, da liegt aber auch noch mega viel. Alter, wie das da alles voll ist. Wirfst du grad da runter? Nein. Ich kann's ja grad nur ein Fläschchen runter siegeln sehen. So, nein. Alter, 20 FPS. 18 FPS, ey, geh mal hoch. Alter, wie das am Ruckeln ist. Lär, mach die XP sofort weg, ey. Ich kann nicht mehr springen. Nein, nein, ich lass die ja jetzt kurz. Ich kann nicht mehr springen. Was? Ich hab zu wenig FPS, ich kann nicht springen. Weil bei mir läckts auch. Ja eben, mach die weg. Geht nicht. Doch, du gehst jetzt einfach rein und dann misst die auf. Was soll ich drauf? Ist deine Schuld. Du gehst jetzt rein. Geh da rein. Ich glaub dir mal ein bisschen zu mir. Dann fallen die alle runter. Alter. Ja, wie viel Zeit? Weil der Wasserwoll. Okay, das reicht. Ich hab immer noch nur 16 FPS. Ja, ein Spring. Nein, ruckelt. Ja, ich sammle mal ein paar unten auf. Alter. Alter, wie viele? Scheiße. Hab ich doch gesagt? Ja, ja, ich hab geschafft. Alter, wie sie sogar während ich schlafe, hier so rumkreisen. Ja, am Arsch leer. Du musst jetzt hier mit. Lennart. Du kannst das immer noch machen. Das kann man eigentlich nicht machen. Ich muss da unten ins Wasserbecken springen. Ich hab das aber kaputt gemacht. Egal, da darfst du es hinzukriegen. Ach, egal. Ja, das ist auch voll schwer hier. Äh, like Lennart's Map, ey. Richtig. LOL. Warum bist du schlecht? Oh my god. Du darfst du nicht anfangen. Okay. Hauptsache, du weißt du noch, wie einfach du den Sprung fandest da? Neum. Reinlegen. Warte. Alter, Lennart. Oh, ich fang mal wieder an. Obwohl du das nicht darfst. Bitte nicht töten. Ich hab gesagt, ohne wollen. Wie viel Experience ist der jetzt eigentlich weg? Hast du alle aufgesammelt oder was? Nein. Musst du, aber das leckt mega immer noch. Warte. Du gehst jetzt nicht weiter. Alter, ich bin ganz am Spawn gespawnt. Okay, warte mal. Ich tippe dich gleich. Das leckt. Das war auch bei mir. Wirklich. Wir müssen die alle aufsammeln. Das leckt. Das. Ich muss auch ein bisschen was machen. Hättet ihr wie schnell man hier levelt, wie man gar nichts mehr sieht. Ich levelst du. 42. Bielenschwarm, 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 Bielenschwarm. Sieht wirklich so aus. Ich hab's gerade gesagt. Kommt, XP, fliegt um mich herum. Oh, ne, vielleicht kommt das mit den Leitern. Das kann ich überhaupt nicht. Ich kann das ganz gut. Diese Wand. Wie viel Level hast du jetzt? Ähm, ich hab keinen Level mehr. Ich hab jetzt die Challenge. Ne, wie viel Level hast du? Experience. Alter, wie schlecht ich gerade bin. Ja, 36. 36? Ja, kann ich mal wieder Nacht machen. Ne, kann ich ja auch selber machen. Alter, wie ich den Sprung hier nicht schaffe. Lol. Das gibt's doch nicht. Bitte. Mach du doch. Du kannst das auch. Ich glaube, bei mir ist der Skin weg. Wessen? Es soll das eigentlich Dingenskin sein von Chuck Norris? Welcher? Meiner? Der normale. Nein. Bei dem Techshark. Ach so. Mich sah das immer aus wie ein Lastwagenfahrer. Nein! Null! Da bin ich beim letzten Sprung verreckt. Der war mega einfach. Wie geht der Befehl? Slash Time? Set 32.000. Äh, 23.000. Sorry. Alter, ruckel, toll. Mann, ich bin gerade voll schlecht. Warum? Oh, dann bin ich besser als mit Aufnahme. Oh, jetzt ruckelt's auch wieder. Experience ja immer noch viele da. Ach, nö. Scheiß Block. Ich höre dich gerade schlechter bei Skype wieder. Einmal. Richtig auch kurz gerade. Alter, wie es ruckelt. Ist einfach so eine riesige... Mann, so eine Scheiße. Eine riesige Scheiße. William, dann sollten wir gleich mal einen Break machen. Wofür? Alter, das geht doch gar nicht. Alter, neun FPS. So. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was schaffen. Alter. Boah, das gibt's doch nicht. Ich guck noch. Von außen mir das mal an. Dachst du nicht? Ja. Ja, mal. Okay, ich mach mich wieder Game on 2. Oh, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und dann bin ich runtergerannt. Ja, dann bist du rübergeschlädert. Und das bringt dir da nichts, wenn du schwarz hast. Aber dann trotz... Hauptsache, ich war eben beim letzten Sprung. Beim vorletzten, hab den verkackt. So, ich dachte schon beim letzten bei dem Einer-Sprung. Jo, geschafft. Alter, wie schafft man diesen Sprung? Einfach, ich spreche relativ spät abspringen. Mann, wieder Gehörgesprung. Und ich gehe weiter. Ja, ganz schön. Ach so, dass ich da war, leckert gerade extrem bei mir. Bei mir, der auch eben kurz gelegt. Ach, Mann. Wenn man hier noch rankommt. So, ich gehe jetzt mal kurz dran. Ich gehe hier gar nicht dran. Hä? Loll, wie es manchmal ruckelt. Ach, der lehrt schon wieder ein bisschen weiter? Nein, bin ich nicht. Klar, du bist auf den Blücken, da. Ja, das ist doch nicht schwer. Runterschlagen. Ja, toll. Kannst du machen. Wirklich jetzt? No. Okay, mache ich. Loll. Ich habe gerade fast den Einer-Sprung verkackt. Oh, das wäre episch geworden. Das wäre scheiße geworden. Fick dich. Alter, wie dieser scheiß Leiter-Sprung ist. Scheiße. Tun. Ach so, das. Das hatte ich Ihnen geübt. Ja. Oh, ich habe nicht geübt. Bei sowas einfach muss man doch nicht üben. Ah. Ja, das hat ich mir mehrmals angeguckt, weil es du bei mir warst, hat es ja gesagt, das wäre mir voll schwer. Alter, jetzt warst du im Bild. Ich sehe da nichts. Oh, jetzt warst du im Bild, Leute. Oh, jetzt warst du mir mal angeguckt, dass du mir mal angeguckt hattest. Geschafft. Ah, cool. Ah, cool.